Morgen Leute, morgen ist es schon soweit. Morgen geht's los mit Zocker Netflix. Ist natürlich jetzt kein, äh, heißt sich so, ne? Ist logisch. Der Name ist natürlich geschützt. Aber, habt ihr schon gehört, ihr habt einen neuen Let's Play Kanal aufgemacht und da werdet ihr ab jetzt, ab morgen geht's los, 31. März 2023. Ab da kommt jeden Tag für euch ein Video auf dem Kanal. Es wird ganz unterschiedliche Let's Plays geben, weil es geht ja jetzt hier nicht in eine spezielle Richtung oder so, sondern es ist wirklich, ja. Ja, ein paar Sachen sind ab 18 und ein paar sind auch ab 16, klar. Ein paar sind ab 12 bestimmt auch, aber keine Ahnung, mal gucken. Müsst ihr dann selber für euch entscheiden. Ich, 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 pack gleich euch immer in ein Thumbnail rein. Äh, vielleicht pack ich es nochmal irgendwo in die Videobeschreibung oder so. Ich muss ja mal gucken. Aber in ein Thumbnail werdet ihr jetzt auf jeden Fall sehen. Ich sag jetzt schon mal direkt, es wird Let's Plays geben, wo ihr sagt, Bruder, hab ich noch nie gehört, juckt mich nicht, hau ab, verpiss dich. Glaubt mir. Zumindest, was ich bis jetzt aufgenommen habe, ist alles 1+. Richtig geil, Alter. Real Talk. Vor allem das erste, das war eine richtige Überraschung für mich. Ähm, achso, es wird übrigens, es laufen immer zwei Let's Plays gleichzeitig, ne? Das ist ganz wichtig. Es laufen immer zwei Let's Plays gleichzeitig, dass ihr sagt, dass, wenn ihr sagt, okay, das interessiert mich mehr, das ist vielleicht ein bisschen weniger. Ich sag's ja, wenn du das mal so ein, die ersten paar Folgen guckst, dann wirst du alles sehen wollen. Trotzdem werden immer zwei, äh, verschiedene Let's Plays gleichzeitig laufen. Das heißt, morgen am 31., was ist denn das für ein scheiß Tag überhaupt? Ich hab gar keinen Kalender hier. Ach, das ist ein Freitag. Ja, guck mal, perfekt. Wochenende, bestes Leben, ja. Freitag, ähm, geht's los mit einem Let's Play, wo, glaub ich, viele sagen würden, ah, mh, brauch ich nicht. Vertrau mir, Bruder. Gerade das erste Let's Play, es ist eine Überraschung. Das ist ab 16, meiner Meinung nach hat das mit 16, also das ist meiner Meinung nach, also ab 16, äh, äh, es ist USK, FSK 16, aber meiner Meinung nach muss es mindestens 18 sein. Ja, aber das Krasse ist, du erwartest das nicht. Das ist das Krasse. Deswegen guckt mindestens die ersten beiden Folgen. Besser die ersten drei Folgen, weil das geht schon hart zur Sache dann teilweise. Und Realtalk, die zeigen einfach alles, ne. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert mit USK, äh, 16. Also meiner Meinung nach ist das definitiv ab 18, aber müsst ihr selber entscheiden, ne. Ihr seht immer, ähm, im, ähm, im Titelbild seht ihr direkt immer unten links, welche USK Einstufung hat das. Weil vielleicht ist der ein oder andere von euch ein bisschen jünger. Hab ich ne Ahnung, vielleicht 12 oder 13 oder 14 und er sagt dann, okay, Sachen ab 16 oder ab 18 darf ich gar nicht gucken. Ich hab mein, mich hätt's jetzt nicht aufgehalten, aber gibt ja, ne. Also ihr könnt ja dann selber entscheiden, so. Das wollte ich nur damit sagen. Äh, das hat schon sehr, sehr viele geisteskranke Szenen in der ersten Folge. Das geht so voll, jetzt muss ich kurz sagen noch, sorry. Es geht so voll komisch, so lame los. Könnte auch ein Spiel für Frauen sein, wenn du die ersten fünf Minuten siehst. Denkst du, ja, klassisch das Twitch-Weiberspiel so, ne. Ne. Vielleicht, okay, ja, vielleicht, aber das hat so viele harte Szenen und ich find die Story dahinter sehr, sehr geil. Also, lasst euch einfach überraschen. Im Background seht ihr übrigens gerade noch ein weiteres Let's Play, was ihr bei mir auf dem Kanal sehen werdet. Das wird das, ja komm, jetzt sag ich's. Das wird das zweite Let's Play, ja. Erste Let's Play, lasst euch überraschen. Das kommt am 31. Was ihr jetzt hier gerade seht, das ist das zweite Let's Play und das startet dann am 1. April. Kein April-Sherz, startet am 1. April, ist jetzt leider so. Äh, wüsst ihr Bescheid. Wichtig, jeden Tag ein Video. Bis Ende des Jahres. We talk, ich hab schon gut vorgearbeitet. Ich mach die ganzen Let's Plays live mit euch im Twitch-Livestream. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch da reingucken. Aber auch in besser Qualität seht ihr es nur auf YouTube. Twitch geht nur Full HD, die Qualität sieht echt nicht so geil aus meiner Meinung nach. Aber es ist die beste Qualität, die auf Twitch funktioniert. Mehr geht nicht. Auf YouTube, bei mir, beste Qualität. Ne, 4K, alles was geht, komplett Rambazamba, Junge. Nativ auch alles, da ist nichts irgendwie, äh, es gibt keine Verluste durch Schnittprogramm oder irgendwas. Gibt's bei mir eigentlich mittlerweile eh nicht mehr mit dem neuen PC. Aber es gibt keine Verluste. Das Geist ist kranke, Qualität aufgenommen, Beste was es gibt, ne. Und ihr seht immer am Anfang einer Folge auch einen kleinen Trailer. Habe ich das gerade schon gesagt? Ja, ich, glaube ich wiederhole mich gerade, keine Ahnung. Auf jeden Fall, in der ersten Folge von jedem Let's Play seht ihr immer einen kleinen Trailer noch, damit ihr wüsst, okay, darum geht's ungefähr so. Fand ich eine coole Sache. Deswegen, wundert euch nicht. Die erste Folge ist immer ein bisschen hier und da noch kurz geschnitten, aber so wenig wie möglich. Alle anderen Folgen, uncut. Komplett uncut. Komplett. Ja, könnt ihr schön entspannen. Tut mir noch einen Gefallen, wenn ihr wollt. Wenn euch Let's Plays generell interessieren, geht mal auf den Let's Play Kanal, ne. Hier, Zocker Let's Play, wird ja hier irgendwo eingeblendet sein. Geht mal da drauf. Auf Community. Da könnt ihr eine Abstimmung machen. Zwei Stück. Nehmt bitte an der Abstimmung teil. Ihr könnt einmal abstimmen. Wollt ihr Untertitel sehen oder nicht? Bis jetzt haben leider nur 300 Leute abgestimmt. Okay, der Kanal ist sehr klein, okay. Aber trotzdem haben nur 300 Leute abgestimmt. Und bis jetzt sind 65% ungefähr für Untertitel. Meiner Meinung nach ist es total dumm, bei dem deutschen Spiel Untertitel zu machen. Aber wenn ihr das anders seht, ich mach das ja für euch. Ich mein, ich genieße das Spiel auch so. Aber stimmt einfach dafür ab. Untertitel, ja, nein. Und ihr könnt auch abstimmen. Wann wollt ihr so eine Folge sehen? Sagt ihr, okay, ich hab immer um 16 Uhr Feierabend. Dann komm ich nach Hause. Dann gibt's Abendessen oder was. Und dann schön beim Mampfen hier um 17 Uhr Let's Play gucken. Beste Leben. Oder ihr sagt, nö, ich guck das sowieso am liebsten zum Einschlafen. Dann ist es mir eigentlich so spät wie möglich. Egal. Ich hab da euch ein paar Sachen eingetragen. Ein paar Uhrzeiten. Könnt ihr einfach anklicken. Und dann, ja. Dann freu ich mich. Ich bin echt, ich freu mich richtig, Digga. Es hat mir bis jetzt schon so viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hab schon Content vorproduziert für die nächsten 2, 3 Monate. Das ist schon alles safe. Ich mach natürlich weiter. Deswegen ist das ganze Jahr eigentlich auch schon safe. Ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß dran wie ich. Weil es ist einfach wirklich, du kannst es wirklich genießen. In Ruhe. Auch einfach abends auf dem Sofa, Digga. Bisschen Chips. Und einfach eine Folge gucken. Voll geil. Ich mag das voll gerne. Früher mochte ich Let's Plays gar nicht so. Mittlerweile finde ich voll geil. Und die Storys sind auch bis jetzt immer richtig nice. Also ich würde gar nicht so viel labern. Lasst euch überraschen. Und dann würde ich sagen, nicht vergessen zu abonnieren. Junge. Ich werde das nicht irgendwie, ich weiß noch nicht genau. Also im Discord zumindest, im Discord werdet ihr keine Benachrichtigungen bekommen. Im Discord werdet ihr nur eine Benachrichtigung bekommen für die allererste Folge. Also da werdet ihr markiert in der Benachrichtigung. Es wird zwar immer im Discord gepostet. Jeden Tag, wenn die neue Folge da ist. Aber ihr werdet nicht markiert. Also wer jetzt irgendwie die Discord App nutzt mit Push-Benachrichtigungen eingeschaltet. Und glaubt, er kriegt jeden Tag den Push. Du kriegst nur einen Push für die erste Folge. Weil ich will auch nicht random irgendwelche Leute damit zuspammen. Deswegen, erste Folge ist eine Markierung im Discord. Alle anderen nicht. Immer wenn ein neues Let's Play startet, markiert, dann nicht mehr. Also müsst ihr wirklich abonnieren und dann immer gucken. Aber ihr könnt darauf vertrauen, dass jeden Tag ein Video kommt. Das ist safe. Vielleicht post jetzt nochmal bei Instagram. Obwohl ich da eigentlich auch keinen Bock habe, das immer zu posten. Weil es ist ja eh klar, dass jeden Tag eine Folge kommt. Ja, lasst einfach ein Abo da. Und jeden Tag reingucken, wirst du Bescheid. Das war's. Kleine Ankündigung. Schon wieder länger als ich dachte. Aber alles gesagt, Leute, wir sehen uns da. Eigentlich sollte jetzt hier heute ja ein anderes Video kommen auf den Kanal. Aber ich hab's schon wieder voll verpeilt, dass heute... Heute war nämlich der jährliche Steuerberater-Tag, ja. Da hab ich dabei auch wieder zwei Stunden rumgesessen. Und beim Friseur war ich dann auch noch. Also ist der Tag heute eh wieder gelaufen. Deswegen seht ihr heute leider kein... Äh... Vorsa-Video hier. Dann morgen, ja. Also Leute, macht's gut. Haut rein. Euer Zocker. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.